UNTERTITELUNG Sorgerecht. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier oder ich sorg dafür, dass du meine Tochter nie wieder verletzt. Du hast eine Stunde. Der Typ muss kämpfen! Sonst sind wir alle am Arsch! Tino hat 75.000 auf dich gesetzt. Nicht verletzen. Bist du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen. Ich hab die weggeboxt. Wen hast du weggeboxt? Alle! 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 Das ist hier größer, als du denkst. Du willst, dass Leonie es besser hat, dann rennst du nicht weg. Das ist nicht mit ein paar Kämpfen erledigt, Mann! Ich hole nur ne Katze ab. Es ist zu! Es ist 7 vor 6. Auf deiner Uhr vielleicht! Ich bin der nur Dominator! Ich bin der nur Dominator! Das ist eine dünnige Dominator! Ich bin der eine nur Dominator!